hallo leute und willkommen an diesem schönen samstagmorgen wo ich euch noch mal ein paar neue leaks zu den apple airpods 3 oder wie wir jetzt wissen zu den apple airpods pro zeigen kann denn die sind vor kurzem jetzt hier durchgekommen diese ganzen leaks und da kann man ganz deutlich sehen es wird auf jeden fall eine dritte linie der apple airpods kommen die daneben die pro linie sein wird apple nennt ja heutzutage alles irgendwie pro iphone pro macbook pro ipad pro und jetzt eben noch die airpods pro die dann aber neben den normalen airpods der zweiten generation verkauft werden sollen und das natürlich mit pro name zu einem höheren preis es wird da gemunkelt zwischen 250 um 350 dollar da gibt es jetzt aktuell noch die gerüchte was am endeffekt genau stimmen wird müssen wir noch sehen ich hoffe nicht dass die 350 kosten wer sollen das noch bezahlen wahnsinn also 250 als einstieg und dann später kann man die vielleicht für 200 kaufen das fände ich total in ordnung was jetzt die pro hier unterscheidet von den regulären consumer airpods ganz klar das sind in ihr kopfhörer mit active noise cancelling das case das kann man schon sehen das ist breiter geworden soll auch doppelt so viel akkulaufzeit bieten wie das aktuelle case der airpods 2 die eigentlichen airpods selbst sollen eine bessere akkulaufzeit bieten und der steg der aus dem ohr heraus kommt der soll dann noch ein gutes stückchen dabei kürzer und kleiner werden also das ist schon mal alles ganz interessant außerdem soll hier fast charging mit eingebaut werden in das case damit das noch schneller aufgeladen wird der zeitpunkt wann die jetzt erscheinen sollen also er hat ein apple event ende oktober wird eigentlich immer unwahrscheinlicher denn wir sind jetzt schon hier mitten im oktober drin und es wurden noch keine einladungen verschickt also da läuft die zeit langsam weg man dachte ja so 28 29 10 wird vielleicht noch ein apple event stattfinden aber das sieht wohl eher so aus als würde dort nichts mehr kommen von daher können wir diese neuen airpods pro so im q1 also im ersten quartal vielleicht so im märz dann 2020 erwarten wenn dann auch die neuen ipads vorgestellt werden dass dort alles zusammenkommt ein gerücht besagt noch dass apple hier den neuen m1 chip einbauen wird damit kann man dann wenn man ein neues iphone 11 oder 11 pro hat seine airpods sehr genau finden in der wohnung da die ja ganz genau lokalisiert werden können und nicht nur über das abspielen von einem ton wie bisher hier durch so ein airpod ja also das sind die geschichten die wir wissen die ganzen farben die ihr hier gesehen habt das ist nur geraten also ich hoffe mal ganz cool wäre es wirklich wenn sie mal eine schwarze so eine mattschwarze variante noch raus bringen würden und bitte apple keine 350 euro jetzt bleibt mal ein bisschen auf dem teppich pro ist ja nicht wirklich pro pro ist einfach nur ein bisschen mehr features und vor allem das active noise cancelling was dann dort eingebaut wird also es bleibt spannend vielleicht sehen wir sie ende oktober wahrscheinlich aber erst so im ersten quartal 2020 das waren die aktuellen news zu den airpods 3 den airpods pro freunde ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal hier bei me apple cat macht's gut wir sehen uns beim nächsten mal hier bei mir